Ja, trotz da es heute Morgen geregnet hat, es scheint jetzt die Sonne und das Frühlingsfest kann losgehen. Guten Tag, mein Name ist Matthias Saathoff. Ich bin als Servicemeister im Autohaus Wendt tätig und bin heute bei unserem Frühlingsfest für den Kran zuständig, den wir gemietet haben und der uns 70 Meter in die Höhe fährt. Und die Gondel ist für sechs Personen zugelassen und wir haben regen Zuspruch und es freut uns sehr, dass so viele an diesem Frühlingsfest teilnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ja, hier dürfen nur Leute beschützen rein. Und der Fahrer ist gerade 14 geworden. Ja, macht sehr viel Spaß. Nicht nur Sebastian Vettel kann während der Fahrt reden, sondern auch Nils Diekmann. Ja. Ja. Ja.